Hallo meine Lieben, schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute mal wieder ein Aufgebraucht aus den letzten zwei Monaten ungefähr. Das ist eine Menge. Ich weiß nicht warum sich so viel angesammelt hat. Deswegen schnack ich nicht lang und leg gleich los. Falls ihr euch fragt warum ich heute so aussehe. Heute ist es so warm. Nicht nur heute, schon die ganzen letzten Wochen ist es so warm. Ich komme direkt aus dem Garten, aus dem Pool und bin voll gechillt. Deswegen darf ich jetzt so aussehen. Also wir legen los. Aufgebraucht zu den letzten zwei Monaten. Zum einen habe ich aufgebraucht von Balea die Sofortpflegemilch 2 in 1, 15% Urea, also Balea Med. Die liebe ich und ich brauche ja wirklich die mit Urea und ich habe es zwischendurch immer wieder mit anderen versucht. Hält nicht lange, deswegen ja. Und die gefällt mir sehr viel besser als die von Nisana. Dann aufgebraucht von Altera die Baby 2 in 1 Dusche und Shampoo. Jetzt ist wieder leer gegangen und auch da wisst ihr, kaufe ich immer wieder nach, weil ich es sehr liebe. Dann habe ich auch gebraucht von A&D Skincare. Die habe ich von meiner Kosmetikerin bekommen als ich noch in Bremen gewohnt habe. Eine, ja es war halt so Seife, aber als Stück. Also ein Stück Seife mit dem, mit der ich mein Gesicht gewaschen habe. Die, ja, fand ich gut. Würde ich mir wahrscheinlich auch nachkaufen, aber da ich nicht mehr bei dieser Kosmetikerin bin. Jetzt aber bei einer neuen bin, gucken wir, dass ich mich halt auf Dinge einstelle, die es dort auch zu kaufen gibt. Da testen wir uns gerade langsam ran. Ja, die ist jetzt halt leer gegangen und zurzeit reinige ich wieder wie zuvor auch mit Kokosöl. Und finde ich auch immer noch sehr gut. Aber ich weiß halt nicht, ob das für meine Haut wirklich so gut ist. Wir sind uns auch am rumtesten, weil ihr seht vielleicht, ich habe sehr viele Pickel bekommen. Irgendwie ist wieder so, ich weiß nicht, meine Haare fangen ja auch an sich zu locken. Also irgendwie scheint da wieder ein Umschwung zu sein in meinem Körper, dass ich anfange die Haare zu locken. Meine Haut wieder anders ist. Ich weiß es nicht. Gewissens schwierig. Ja, aber ich fand sie gut. Ist natürlich halt, ne, Produkt aus dem Kosmetikstudio sind immer ein bisschen teurer. Aber ist auch Naturkosmetik gewesen und ich fand sie gut. Die roch auch gut. Aus der gleichen Reihe übrigens auch dann leer gegangen der Anti-Radical Cocktail. Das ist eigentlich ein Toner. Also das ist so ein Toner gewesen. Ich habe mir das Gesicht mit der gewaschen und dann habe ich ein Wette-Wattefett genommen und da so ein, zwei Spritze drauf gemacht. Und ist damit dann nochmal, damit halt nochmal drüber gegangen. Ja, fand ich in Verbindung sehr gut und die riechen halt auch echt gut. Ja, da finde ich auch schade. Das finde ich schade, dass es leer ist. Das finde ich schade. Ich bin traurig drum, dass es leer ist, weil mir das so gut gefallen hat. Es war auch so gut. Es war auch so richtig nach Spa. Ich liebe es, wenn es noch Spa riecht. Ja, aber das war so meine Kombi, die ich hatte und sehe ich vielleicht sie auch gar noch zu drehen. So. Liegt wahrscheinlich irgendwo drunter, komme ich vielleicht auch noch zu. Da habe ich auch gebraucht die Desinfektionstücher von Isana. Die habe ich immer mit dabei und das liegt auch immer noch was bei mir im Bad. Ja, Desinfektionstücher 2 in 1, Antibakteriellen. Und gerade auch bei dem Wetter habe ich irgendwie das Bedürfnis. Habe ich sogar mehrfach aufgebraucht, sehe ich gerade. Zwei Packen, sind auch nicht so viele drin. Ja, aber finde ich es super praktisch. Dann habe ich auch gebraucht von Spitzner, den Duschschaum Akai Yuzu. Yuzu? Ich weiß es nicht. Vitalisiert. Ja, das war halt so ein Duschschaum. Der war wahrscheinlich mal in einer Glossy Box. Ne. Ja, weiß ich nicht. In irgendeiner Box. Vielleicht auch in der veganen Box. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, hat mir aber gefallen. Also ich mochte diesen Schaum. Das hat sich wohl auf der Haut angefühlt. Ich finde Schaum sogar, glaube ich, noch fast besser als Gele. Das gefiel mir. Dann nicht aufgebraucht, aber werde ich wegschmeißen, weil es schon gekippt ist. Es riecht nicht mehr sonderlich gut. Das war nämlich, weil es so eine kleine Größe ist, war das in meinem Kulturbeutel für Reisen. Und naja, auch nicht mehr so angenehm. Nao Bay Natural & Organic. Ähm, so eine Moisturizing Cream. Ja. Dann habe ich von Fußwohl eine Pflegebalsam aufgebraucht. Steht bei mir immer am Bett. Fußcreme, Pflegebalsam, irgendwie irgendwas dergleichen. Und nach einem langen, anstrengenden Tag trinkt ich mir damit die Füße ein, wenn ich nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich habe das Gefühl, es fühlt sich einfach besser an. Ja, mit Avocado und Mandelöl und für trockene Haut. Ja. Ich habe sowas ähnliches, glaube ich, jetzt nachgekauft. Ich glaube nicht die, aber so ähnlich. Dann habe ich auch gebraucht eine Bambuszahnbürste. Ähm, ich benutze ja Zahnbürsten nur, wenn ich verreise und dann eigentlich auch nur, wenn ich alleine verreise. Also ohne meinen Mann, weil wir hier eine elektrische haben. Und die nehmen wir dann halt auch meistens mit. Und ja. Wenn ich aber halt alleine verreise, hat er die Zahnbürste. Also kann ich die ja nicht mitnehmen. Deswegen nehme ich da immer so Bambuszahnbürsten. Und die mag ich tatsächlich nicht so lange dann gebrauchen, weil die dann halt auch so lange hier rumliegen. Und ich weiß nicht, wie schnell sich da irgendwie was ansammeln und so. Naja, nicht sehr effektiv. Wobei ich die, glaube ich, jetzt tatsächlich schon sehr lange benutzt habe. Und ja, das ist halt so eine Bambuszahnbürste halt, ne? Bisschen auf Umwelt und so. Und das ist auch ganz süß, da hinten so ein Pfötchen drauf. Ja, und da ist halt auch irgendwie, da lagert sich schon die Zahnpasta ab und so. Und ja, es sind auch Bambusborsten tatsächlich. Also, ne? Ja, die Zeit war. Und es geht tatsächlich mit den Borsten. Ich habe ja super empfindliches Zahnfleisch. Also wirklich super empfindlich. Beim ersten Mal putzen dusche ich meistens. Beim zweiten auch. Aber dann wirkt es tatsächlich. Also es geht mit den Bürsten. Borsten so. Es ist nicht bei jedem Bürsten so, dass ich blute wie überhaupt. Ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht. Die habe ich jetzt völlig schon lange benutzt. Ich glaube, das erste Mal... ... mit Plepo, als ich beim Ahren war. Und das letzte Mal dann jetzt im... ... Mai. Wie wollen wir das? Ja, kommt hin. Im Mai wieder gemacht. Ja. Also jetzt kommt es immer weg. Ich habe da aber auch mehrere davon. Und dann gibt es so einen Packen. Dann habe ich auch gebraucht von Isana die Handcreme-Kamille. Die stand auch an meinem Bett. Auch abends gecreme ich mir, abgesehen von den Füßen, auch die Hände ein. Und das ist halt so eine kleine. Die geht relativ zügig jetzt leer. Aber ich habe jetzt... Ich wollte das gerade gar nicht. Wenn nicht, muss ich mir eine neue anschauen. Da habe ich zweimal Wattepads aufgebraucht. Und zwar jeweils die 60 Stück. Also insgesamt 120. Wie immer von Isana die Bio-Wattepads. Ja, hier ist die Creme. Die Gesichtscreme. Ist nicht von der Marke A&D. Ich meine, weil die mir zu teuer war. Da habe ich dann auch Glück und klar gesagt, ne. Schieß im Schacht. Und dann habe ich eine günstigere Variante mitgenommen gehabt von Dr. Rimpler. Sensitive für empfindliche Haut. Weil ich halt trotzdem, ich jetzt zu Pickeln neige, immer noch diese extrem empfindliche Haut habe. Also wenn auch Dr. Rimitis ist immer noch ein großes Thema bei mir. Ja, und da kam ich echt lange mit hin. Tatsächlich. Warum sind die so kreunig? Kräunig. Das ist doch noch alles. Ich weiß auch nicht. Ja, also obwohl die jetzt so klein scheint mit 50 Millimeter. Weil die sehr reich. Reich hatte ich? Nein. Ah ja, ich kann noch ein bisschen. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht von Isana Young. Den Deo Roll On In Fresh. Den fand ich ganz gut. Der roch auch ganz angenehm. Ja, der roch echt gut. Oh, jetzt habe ich an der Nase kleben. Ja. Allerdings muss ich sagen, bei dem Wetter. Ach, ich musste immer noch mal noch verarbeiten. Ich kann nach deodorieren. Aber da habe ich auch so einen richtig freshen. Der riecht richtig fresh. Da fühlt man sich so richtig fresh danach. Ja. Also hier ist eher so ein bisschen blumig. Aber das riecht schon gut. Aber wie gesagt, bei dem Wetter. Ich bin da auch schon immer sicher. Dann habe ich Zeitpasta auch gebracht. Und zwar von Elkos. Elkos ist... Was ist ein Elkos? Das ist so ganz nass. Du könntest denken. Ich habe einen geäst. Nein, das ist mein Vater. Zu gerne auch nass ist. Ähm... Edeka steht ja unten drauf. Also von Edeka. Die Eurofresh 3. Ja, keine Ahnung. Ich brauchte halt ganz dringend Zahnpasta. So. Dann habe ich etwas auch gebraucht. Wo ja tatsächlich viele Erinnerungen dran hängen. Und zwar... Einen... Ähm... Ja... Body... Body Spray. Von Bath & Body Works. Und zwar Coconut Lime Breeze. Habe ich mir gekauft. In den USA. Vor... 2013. Vor vielen Jahren. Ach, das riecht einfach nach... Nach Meer. Nach amerikanischem Meer. Nach Atlantik. Ach ja... Hm... Zum Glück habe ich noch andere... Also ich habe jetzt nicht... Also der Coconut Lime Breeze habe ich halt nur einmal mitgenommen. Aber ich habe noch mehrere Body Sprays von... Eigentlich glaube ich nur noch eins. Von Bath & Body Works. Aber ja, irgendwann ist halt alles mal leer. Ja... Traurig aber wahr. Dann habe ich auch gebraucht. Von Nivea Reinigungstücher. Waren auch mal in einer Box drinne. Die... Ja... Creme Pflege Reinigungstücher. Habe ich meistens unterwegs benutzt. So auf Reisen halt. Und dann... Hier auch gebraucht. Immer wenn ich meine Winfern zum Beispiel neu auffüllen lasse. Gehe ich so die ersten ein, zwei Tage... Halt... Nehme ich solche Tücher, damit ich dann nicht mit Wasser ran muss. Und... Ja... Ich bin jetzt nicht so der große Nivea-Brenn, muss ich sagen. Dann habe ich auch gebraucht von Isana einen Rasierschaum. Und zwar den Blueberry Sensation. Wie alle hab ich gesehen. Der war auch bläulich meine ich. Und auch auch... Der riecht richtig nach Blaubeere. Ja... Ich mag die Rasierschaum. Schäume? 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 Schäume, ne? Rasierschäume? Was ist denn ein Schaum? Was ist denn auch mal eine Leerzahl? Naja... Polysana mag ich. So, dann von Nivea nochmal die Rasierkling von... Nivea Rasierkling halt. Protect and Shave. Und ich werde jetzt, glaube ich, auch... Warum entsorge ich den ganzen? Das macht keinen Sinn. Ich benutze derzeit einen anderen. Ich benutze jetzt einen Rasierer von... Ah, der wurde mir mal zum Testen zugeschickt von Konsumwörternen. Ähm... Fä... Wilkinson? Fä... Den finde ich richtig gut. Und... Ja... Ich dachte mir... Komm... Das stimmt. Es muss zwar ein bisschen mehr Geld für die Klingen ausgeben... Ja... Aber den finde ich halt derzeit richtig gut. Deswegen nutze ich den nicht. Aber... Ich werde den nicht wegschmeißen. Wieso mache ich das? Bescheuert. Weil... Irgendwann denke ich mir bestimmt so... Oh, nein, du musst nicht mehr so viel Geld für diese euren Klingen ausgeben. Dann werde ich den wieder nutzen. Also... Kommt der zur Seite und entsorge nur die Klingen. Dann habe ich... Äh... Eine Creme... Eine Maske aufgebraucht. Und zwar die... Bitte sagt mir, dass eure Masken, wenn ihr die benutzt, auch so aussehen am Ende. Also die Verpackung. Äh... Von Luvos. Ich liebe die Luvos-Masken. Ich finde die so, so gut. Ja... Heilerde-Anti-Stress-Maske. Ja... Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Die ist sehr gut. Dann... Äh... Ich glaube, das habe ich mal von Nina geschenkt bekommen. Ein... Ein Kinder-Parfüm. Bonbons. Cherry up. Ja, das habe ich mal zur Arbeit benutzt. Ich mag solche süßen Düfte. Die Kinder finden es auch voll cool, wenn ich so... nach... Ganz süß Düfte. Pfff... Äh... Ja... Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. Aber... Es war so gut, dass ich es trotzdem aufgebraucht habe und jeden Morgen benutzt habe. Dann habe ich eine Spülung aufgebraucht von Alverde. Die Repair-Spülung. Und die fand ich auch gut. Strapaziertes und brüchiges Haar mit Avocado und Schlewata. Ich kann zumindest jetzt nichts Negatives darüber berichten. Und zu guter Letzt... Oh, das ist auch schon alt. Das habe ich, glaube ich, jetzt weggeschmissen. Da ist, glaube ich, noch was drin. Oh, das riecht aber noch gut. Warum riecht denn das noch so gut? Das ist, glaube ich, schon die Uhr alt. Ach, ich habe es aber nicht weggeschmissen, weil es doch leer ist. Das sieht nur noch voll aus. Das ist gar nicht mehr voll. Ähm... Von Camille. Ist doch auch eine... Nicht ganz... Also es ist keine... Keine... Keine Billigmarke. Wurde ich jetzt schon sagen. Es ist, glaube ich, eine... Eine... Eine Marke. Marke, Marke. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Hand- und Nagelcreme. Riecht auch gut. Ich bin... Das habe ich früher aber benutzt, als ich noch... gewohnt habe. Also ganz, ganz früher. Vor... Zehn Jahren? Ja? Kommt jetzt? Hm. Aber da war ich auch noch 21. Ja. Letztes Produkt. Gut. Das war's. Alles, alles leer. Das war mein Aufgebrauch der letzten... Na, ich glaube ungefähr zwei Monate sind. Ich weiß es nicht genau. Es ist viel. Es ist so viel. Ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ein Produkt dabei war, das ihr auch gerne benutzt oder was ihr... Ob ihr so ein Nachkauf-Produkt habt. So. Dann dürft ihr das Video gerne bewerten. Den ihm einen Daumen gibt. Nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Daumen hoch. Ja. Und dann bitte. Das war's. Und dann geht es dir. Das war's.